Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, es ist Sonntagabend. Draußen ist es kalt und nass. Hier drin ist es ein kleines bisschen kalt, weil ich Angst vor den Heizkosten habe. Aber es ist auf jeden Fall kuschelig. Ich habe hier eine neue Kerze stehen, die riecht nach Weihnachtsgewürzen. Ich war gerade schön heiß duschen und habe mich gepielt und geduscht und gecremt. Und der Tag könnte nicht perfekt erenden, als jetzt hier mit euch zu sitzen und noch einen Fall zu besprechen. Ich habe meine Erdbeerhose an. Ihr wisst, wenn ich die Erdbeerhose an habe, dann ist maximale Gemütlichkeit angesagt. Und genau das könnt ihr jetzt auch tun. Schnappt euch einen Tee, schnappt euch einen heißen Kakao, macht euch ein Kerzchen an. Und wir starten jetzt gemeinsam in den heutigen Fall. Vorher könnt ihr natürlich noch ein Abo und ein Like dalassen. Oder ihr könnt diesen Podcast bei Spotify bewerben. Dazu rufe ich irgendwie nie auf. Aber es gibt ja auch ganz viele Spotify oder andere Podcast-Plattform-Hörer und da kann man bewerten. Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen. Für uns geht es jetzt nach Italien. Genauer gesagt nach Rom. Alte Gebäude, dunkle, kleine, verwunschene Gassen und wahnsinnige Monumente. Ich war letztes Jahr in Rom und ich bin immer noch fasziniert von all diesen historischen Bauten, die man da nach wie vor betrachten kann. Der Petersdom? Ganz schön krass. Wirklich ganz schön krass. Also das war sowas, da habe ich mir gedacht, wie kann das durch Menschenhand geschaffen worden sein? Wie? Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber in dieser Wohnung hängen seit einem Jahr nicht mal Lampen, weil ich mich das nicht traue. Hä? Und in Rom stehen einfach random so viele krasse Gebäude rum. Ich war fasziniert. Und in Rom gibt es dann das kleinste Land der Welt, den Vatikan. Vatikanstadt, der Hauptsitz der katholischen Kirche und des Papstes, liegt mitten in Rom und hat eine Fläche von nur 0,44 Quadratkilometern. Hier leben nur etwa 1000 Menschen und die offizielle Amtssprache ist Latein. Obwohl der Vatikan so klein ist, gilt er als anerkanntes Land. Das Staatsoberhaupt ist der Papst. Es herrscht also absolute Monarchie, in der der Papst von Kardinälen gewählt wird und diesen Posten meistens dann so lange behält, bis er stirbt. Die Staatsbürger des Vatikans arbeiten für die katholische Kirche und leben dann dort mit ihren Familien. Sie wohnen also zwischen einigen der größten Touristenattraktionen in Rom und den wichtigsten Orten für die Kirche, wie zum Beispiel dem Petersdom. Und deswegen sind sie täglich von tausenden Menschen umgeben. Also so schön es da auch ist, ich würde nicht tauschen wollen. Gleichzeitig haben viele von ihnen auch Zugang zu Orten im Vatikan, die die Touristen nicht betreten dürfen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass diese Bewohner der Vatikanstadt an Stellen kommen und dort dann auch beten dürfen, die für andere komplett verboten sind. Ganz stille Gänge und Gassen im Innern des Vatikans. Und obwohl tagsüber so viel los ist, fühlt sich der Vatikan für die Bewohner fast wie ein kleines Dorf an. Jede Familie kennt ihre Nachbarn und die Angestellten kennen sich untereinander. Der heutige Fall ist deswegen auch so besonders, denn er spielt in dieser bemerkenswerten Umgebung des Vatikans. Für uns geht es jetzt an den Anfang der 80er Jahre, als Johannes Paul II. gerade seine Amtszeit als Papst beginnt. Zu dieser Zeit zählt zu den wenigen Bürgern des Vatikans die Familie Orlandi. Der Vater der Familie arbeitet in der Verwaltung der Kirche und organisiert zum Beispiel Audienzen für den Papst. Diesen Job macht er schon ziemlich lange. Er arbeitet in seinem Leben insgesamt für drei Päpste. Zu der Familie gehören seine Frau und seine fünf Kinder, ein Junge und vier Mädchen. In diesem Fall geht es vor allem um eine der Töchter. Es geht um Emanuela Orlandi, die zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt ist. Sie und ihre Geschwister wachsen im Vatikan auf und erleben dort eine schöne und behütete Kindheit. Sie dürfen in Teilen der vatikanischen Gärten spielen, die für Besucher verboten sind. Und hinter den Mauern dieses kleinen Minilandes fühlen sie sich sicher. Ihr müsst euch vorstellen, für die Kinder ist es eine große Ehre, dort spielen zu dürfen und damit dann in der Klasse angeben zu können. Emanuela hat außerdem eine sehr enge Bindung, vor allem zu ihrem Bruder Pietro, der acht Jahre älter ist. Er ist ihr Beschützer. Beide lieben Musik, beide spielen Instrumente und haben auch sonst ähnliche Interessen. Emanuela spielt Querflöte und Klavier und sie singt im Chor. Außerdem geht sie in eine Schule außerhalb des Vatikans und hat dort viele Freunde. Denen erzählt sie dann davon, dass sie den Papst schon häufig persönlich gesehen hat und wie es ist, im Vatikan zu leben. Ansonsten ist sie aber eine ganz normale Teenagerin. Manchmal schämt sie sich ein bisschen für ihre große Brille, manchmal streitet sie sich mit ihren Geschwistern über Kleinigkeiten und manchmal verzieht sie sich sauer in ihr Zimmer. Einfach so Teenager-Things. Zu Beginn der 80er Jahre wird der Frieden und die Geborgenheit, die die Orlandis und die anderen Bürger des Vatikans kennen, zum ersten Mal gestört. Am 31. Mai 1981 wird Papst Johannes Paul II. bei einem Auftritt auf dem Petersplatz angeschossen und erleidet zwei Schusswunden. Er wird sofort in ein Krankenhaus gebracht und erholt sich, aber der Schock sitzt bei den vatikanischen Staatsbürgern und vielen Gläubigen tief. Niemand hat erwartet, dass der Papst Opfer eines Attentats werden könnte. Der Täter wird nur Sekunden nach der Tat gefasst, als er fliehen wollte, aber von einer Nonne zu Boden gestürzt und festgehalten wurde. Was war das bitte für eine Nonne? Wahnsinn. Es handelt sich um einen Mann namens Mehmet Ali Aksar, ein Mitglied der türkischen rechtsextremistischen Organisation Graue Wölfe. Aksar wird noch vor Ort festgenommen und bekommt eine Gefängnisstrafe. Für die wenigen Bewohner des Vatikans verändert sich nach diesem Tag alles. Es gibt plötzlich viel mehr Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem der Papst wird beschützt und das 24-7. Und trotz dieser neuen Maßnahmen fühlt sich keiner mehr so richtig sicher. Das Gefühl eines süßen kleinen Dorfes mitten in Rom wurde je zerstört. Doch als sich der Papst nach einigen Monaten erholt, beginnen die alten Routinen wieder einzukehren und es geht so langsam zurück in geregelte Bahnen. Etwa zwei Jahre später, am 22. Juni 1983, kommt es dann allerdings zu einem weiteren Ereignis direkt im Vatikan. Und diesmal ist die Familie Orlandi betroffen. Es ist ein sehr heißer Mittwoch. Die Temperaturen steigen nachmittags auf 37 Grad. Emanuela macht sich wie jede Woche auf den Weg zum Musikunterricht und bittet ihren Bruder Pietro, sie schnell mit dem Auto zu fahren. Ihr ist so warm, dass sie die Strecke in den engen und vollen Straßen nicht zu Fuß gehen möchte und sie will schon gar nicht in einem Bus sitzen. Pietro fährt sie normalerweise öfter, aber an diesem Tag hat er keine Zeit. Er hat Stress und er lehnt ab und die beiden geraten dann in einen kleinen Streit. Ihr könnt es euch vorstellen, zwei Geschwister, der eine hat keinen Bock die andere zu fahren und am Ende macht sich Emanuela dann genervt auf den Weg zum Bus und schlägt die Türe hinter sich zu. Sie ist schon spät dran und weiß, dass sie so oder so nicht mehr pünktlich zur Musikstunde erscheinen wird. Trotzdem hält sie unterwegs nochmal an, als sie einen Mann auf der Straße anspricht. Er erzählt ihr, dass er bei der Kosmetikmarke Avant arbeite und bietet ihr an, einen Nachmittag lang Flyer als Werbung für die Firma zu verteilen. Für diesen kleinen Job, einen Nachmittagaufwand, soll sie 300 Euro bekommen. Emanuela ist erstaunt über so viel Geld und das für nur so wenig Arbeit und sie verspricht, sich bei dem Mann zu melden, wenn sie ihre Eltern um Erlaubnis gefragt hat. Dieses Angebot verbessert Emanuelas Laune sehr, sehr schnell. Kurze Zeit später erscheint sie dann auch beim Musikunterricht. Nach der Stunde ruft sie von der Musikschule aus zu Hause an und erzählt ihrer Schwester von dem Jobangebot bei Avant. Auch sie ist erstaunt über diese 300 Euro und sagt, dass Emanuela lieber erstmal mit ihren Eltern sprechen sollte. Die sind aber gerade nicht zu Hause. Am Abend ist Emanuela noch mit ihrer Schwester und ein paar Freunden auf einem Platz in der Nähe der Musikschule verabredet. Alle wundern sich, als Emanuela als einzige nicht pünktlich erscheint. Nach etwa einer halben Stunde geben sie das Warten auf. Emanuelas Schwester macht sich auf den Heimweg und glaubt, ihre Schwester zu Hause zu finden. Vielleicht hat sie die Verabredung vergessen, vielleicht ist ihr irgendwas dazwischen gekommen. Doch Emanuela ist nicht zu Hause und kommt auch die ganze Nacht nicht wieder. Ihre Eltern machen sich sofort große Sorgen, denn das sieht ihrer Tochter überhaupt nicht ähnlich. Sie ist sehr zuverlässig und liebt ihre Familie. Sie würde nicht einfach abhauen. Die erste Sorge ist also, dass Emanuela vielleicht auf dem Nachhauseweg einen Unfall hatte. So ruft ihre Mutter bei allen Krankenhäusern in der Gegend an und fragt, ob sie Emanuela gesehen haben. Pietro macht sich gemeinsam mit seinem Onkel auf den Weg, um die Straßen in der Umgebung zu durchkämmen. Doch niemand hat die Teenagerin gesehen und auch ihre Freundinnen wissen nach wie vor nicht, wo sie ist. Heute würde man sie natürlich sofort auf dem Handy anrufen. Man würde checken, wann war sie zuletzt online. Vielleicht hat sie sogar ihren Standort mit irgendwem geteilt, den man verfolgen könnte. Aber das sind die 80er. Für Emanuelas Familie gibt es keine andere Möglichkeit, sie irgendwie zu kontaktieren. So gehen sie am nächsten Tag zur Polizei und die nimmt den Fall überhaupt nicht ernst. Und das hatten wir ja leider schon in so vielen anderen Fällen. Gerade wenn Teenager verschwinden, ist die Reaktion erstmal gediegen. Mein Gott ist halt von zu Hause abgehauen. Ach, die hatte auch noch Streit mit ihrem Bruder. Ja, da haben wir es ja schon. Vielleicht ist sie verknallt und mit ihrem Freund abgehauen. Und, und, und. Sie wird schon wiederkommen. Mit diesen Worten verabschiedet die Polizei dann die Familie Orlandi. Doch die machen sich immer größere Sorgen. Und schließlich beginnen sie damit, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. So erscheint nur zwei Tage nach Emanuelas Verschwinden eine kleine Suchanzeige in einer römischen Zeitung, die ein Foto und einige Angaben zu Emanuela erhält. Sie haben auch ihre Telefonnummer abgedruckt mit der Bitte, sich mit allen Hinweisen dringend zu melden. Schließlich steigt auch die Polizei endlich in die Ermittlungen mit ein und Emanuela wird offiziell als vermisst gemeldet. Nach und nach wird anhand von Zeugenaussagen rekonstruiert, was Emanuela nach dem Verlassen der Musikschule gemacht haben könnte. So hat eine Klassenkameradin sie noch an einer Bushaltestelle gesehen und kurz mit ihr gesprochen. Emanuela wirkt dabei unruhig und sagt, dass sie schnell zu einer Verabredung muss. Sie steigt nicht in ihren üblichen Bus ein und rennt dann in eine andere Richtung davon. Sie wird außerdem von einem Verkehrspolizisten gesehen, als sie mit einem Mann spricht, der etwa in seinen 40ern ist. Der Polizist kann sich noch an das Gesicht des Mannes erinnern und ein Phantombild wird angefertigt. Zuletzt sieht ein weiterer Zeuge, wie ein Mädchen, das genau auf Emanuelas Beschreibung passt, in einen dunkelgrünen BMW steigt. Danach verliert sich jede Spur von ihr. Kurz nach Veröffentlichung der Suchanzeige klingelt bei den Orlandis ununterbrochen das Telefon. Viele Menschen wollen helfen und glauben, Emanuela irgendwo gesehen zu haben. Es gibt natürlich aber auch Anrufer, die sich einen Scherz erlauben wollen, die falsche Hinweise geben oder ganz ohne Hinweis und aus purer Neugier anrufen. Sowas werde ich im Leben nicht verstehen. Unter den unzähligen Anrufern stechen jedoch zwei ganz besonders hervor. Am Samstag, den 29. Juni, also drei Tage nach Emanuelas Verschwinden, ruft ein 16-jähriger Junge unter dem Namen Pierluigi an. Er sagt, dass er Emanuela an diesem Tag auf der Piazza Navona gesehen hat und er habe sogar mit ihr gesprochen. Er nennt dabei Details, die nicht in der Suchanzeige veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel die Art von Emanuelas Flöte und dass sie sich für ihre große Brille geschämt hat. Emanuela soll kürzere Haare haben und sich mit dem Namen Barbara vorgestellt haben. Pierluigi erzählt weiter, dass sie von zu Hause weggelaufen ist und nun Avant-Produkte verkaufen würde. Emanuelas Familie kann ihren Ohren kaum trauen. Dieser Anruf enthält so viele Details und klar ist, dass Emanuela noch am Leben sein muss und wirklich mit diesem Pierluigi gesprochen hat. Zwar glaubt noch immer keiner daran, dass sie einfach von zu Hause abgehauen ist, aber es scheint so, als habe die Firma Avant irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Wurde sie vielleicht unter falschem Vorwand dazu gezwungen, für diese Firma zu arbeiten? Kurz nach dem Anruf von Pierluigi kommen Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes in die Wohnung der Orlandis. Die Familie ist überrascht. Sie kämpfen zurzeit immer noch um die Aufmerksamkeit der Polizei und haben nicht erwartet, dass der Geheimdienst in den Fall involviert wird. So wird dann Emanuelas Zimmer durchsucht und das Telefon der Familie wird außerdem mit einem Aufnahmegerät ausgestattet. Damit können alle folgenden Anrufe und mögliche Hinweise aufgenommen werden und die kann man sich dann immer und immer wieder anhören. Am folgenden Dienstag ruft ein Mann namens Mario bei der Familie an. Er besitzt angeblich eine Bar, die in der Nähe des Vatikans und der Musikschule liegt und er hat dort eine neue Kundin bemerkt, die Emanuela sehr ähnlich sieht. Sie hat sich als Barbarella vorgestellt und sagt, dass sie eine Auszeit von zu Hause brauche, aber zur Hochzeit ihrer Schwester im September zurückkehren wird. Das Krasse ist, Emanuelas ältere Schwester heiratet tatsächlich im September. Somit kennt also auch dieser Anrufer Details über Emanuela, die nie veröffentlicht wurden. Sowas denkt man sich ja nicht einfach aus. Auffällig ist auch, dass ein ähnlicher Name wie im Anruf von Pierluigi verwendet wird. Ihm gegenüber hat sich Emanuela ja anscheinend Barbara genannt und jetzt nennt sie sich Barbarella. Die Polizei versucht all diesen Spuren nachzugehen und Mario und Pierluigi ausfindig zu machen. Auch Emanuelas Familie versucht weiterhin alles, um ihre Tochter und Schwester zu finden. So hängen sie in der Woche nach dem Verschwinden über 3000 Poster mit Emanuelas Bild in ganz Rom auf. Emanuela ist damit überall und viele Zeitungen in Italien berichten über den Fall. Die ganze Sache bekommt plötzlich noch viel mehr Aufmerksamkeit, als der Papst während seines Sonntagsgebets über Emanuela spricht. Dieses Gebet hält er immer von einem Balkon aus und tausende Menschen versammeln sich am Petersplatz, um zuzuhören. Eine Woche nach Emanuelas Verschwinden spricht er also über die Familie Orlandi, die ihre 15-jährige Tochter vermisst. Er appelliert dabei an diejenigen, die Emanuela entführt haben und bittet darum, sie zu der Familie zurückzubringen. Emanuelas Familie ist komplett schockiert. Sie haben niemals mit dieser öffentlichen Ansprache des Papstes gerechnet und fragen sich nun, wie es dazu kommt. Und vor allem, warum er davon spricht, dass Emanuela entführt wurde. Denn bislang stand das ja gar nicht zur Debatte. Wie selbstverständlich spricht der Papst von Entführern, obwohl noch gar nicht in diese Richtung ermittelt wurde. Die Polizei nimmt zu dieser Zeit immer noch an, dass Emanuela abgehauen ist oder mit diesem Pierluigi durchgebrannt ist oder was auch immer. Der Papst gibt also Preis, dass er von einer Entführung ausgeht und vielleicht sogar noch mehr Details kennt. Er scheint außerdem zu wissen oder anzunehmen, dass Emanuela noch am Leben ist. Diese Ansprache an die Entführer wird in den Nachrichten auf der ganzen Welt gezeigt und besprochen und Emanuelas Verschwinden bekommt plötzlich internationale Bedeutung. Der Papst hält sich nämlich normalerweise streng an vorgegebene Abläufe und spricht in den Gebeten eigentlich nie über Dinge, die ihn persönlich beschäftigen. Zwar zeigt er mit seinem Aufruf Sympathie für die Bürger von Vatikan statt, er lenkt aber auch unglaublich viel Aufmerksamkeit auf den Fall. Und das ist nicht nur positiv. So wissen nämlich die Menschen auf der ganzen Welt nun, dass der Papst persönlich an diesem Fall interessiert ist. Und die Gefahr, falsche Hinweise oder Erpressungsversuche zu erhalten, erhöht sich unheimlich. Auf einmal ist dieser Fall etwas richtig Politisches geworden. Zwei Tage nach dem Aufruf des Papstes meldet sich ein anonymer Anrufer bei den Orlandis. Hier werden ja immer noch alle Anrufe mitgeschnitten, weshalb man die Anrufe dieser Person alle auf Band hat. Dieser Mann wird in den folgenden Monaten oft anrufen, aber nie seinen Namen nennen. Weil er einen sehr speziellen Akzent hat, wird er nur als der Amerikaner bezeichnet. In seinem ersten Anruf behauptet er, dass die Terrororganisation die Grauen Wölfe für Emanuelas Entführung verantwortlich ist. Also die Gruppe, zu der auch der Attentäter Mehmet Ali Aksha gehört, der zwei Jahre zuvor den Papst angeschossen hat. Der Amerikaner fordert im Gegenzug für Emanuelas Freilassung, dass eben dieser Aksha aus der Haft in Italien entlassen wird. Für diesen Austausch stellt er ein Ultimatum von 20 Tagen. Nach Ablauf dieser Frist soll Emanuela ermordet werden, wenn Aksha nicht freikommt. In den folgenden Tagen ruft er immer wieder an. Dabei meldet er sich nicht nur bei der Familie Orlandi, sondern auch bei den Presseagenturen, bei Zeitungen und sogar bei Kirchen. Während einem dieser Anrufe spielt der Amerikaner dann eine Tonaufnahme ab, auf der Emanuelas Stimme zu hören ist. Sie sagt, ich heiße Emanuela Orlandi und ich gehe in die 10. Klasse. Ihre Familie ist sich sicher, dass hier ihre vermisste Tochter und Schwester gesprochen hat. Bei einem weiteren Anruf sagt der Amerikaner, dass er noch einen Beweis hinterlegen wird, um zu zeigen, dass er Emanuela wirklich in seiner Gewalt hat. Dieser Beweis soll in einem Mülleimer auf einem öffentlichen Platz in Rom zu finden sein. Tatsächlich ist in diesem Mülleimer ein Umschlag mit Kopien von Emanuelas Schulausweis, einen Kassenzettel und eine handschriftliche Notiz. Hier steht in Emanuelas Schrift mit lieben Grüßen, Emanuela. Boah, überlegt euch mal, wie schrecklich das für die Familie ist, so eine Schnitzejagd zu veranstalten, während es um die verlorene Tochter geht. Diese Papiere und die Tonaufnahme zeigen, dass der Amerikaner wirklich in irgendeiner Verbindung zu Emanuelas Verschwinden steht. Sie geben aber keine Hinweise darauf, wie es ihr geht und ob sie noch am Leben ist oder wo sie überhaupt ist. Während all der Anrufe bleibt der Amerikaner sehr freundlich. Und auch Emanuelas Eltern behandeln ihn respektvoll, so schwer es ist. Denn sie hoffen, dass es Emanuela dadurch besser geht, dass sie dadurch vielleicht besser behandelt wird und dass dieser Mann weniger Wut und Hass auf sie hat. Stellt euch mal vor, ihr müsst mit dem potenziellen Entführer eurer Tochter freundlich umgehen, um ihn nicht zu verärgern. Tatsächlich versichert der Amerikaner immer wieder, dass es Emanuela gut geht und dass alles weitere nun beim Vatikan liegt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie machtlos sich Emanuelas Familie in dieser Situation gefühlt haben muss. Sie werden erpresst mit ihrer Tochter und es geht um Dinge, die sie überhaupt nicht in der Hand haben. Es geht ja nicht um Geld, sondern darum, ob ein vermeintlicher Terrorist freigelassen wird oder nicht. So vergehen die Stunden und Tage und so langsam läuft die Frist von den 20 Tagen ab. Der Amerikaner meldet sich immer noch regelmäßig und erwähnt in einem der Gespräche plötzlich auch Pierluigi und Mario. Diese beiden Männer sollen auch zur Terrorgruppe der Grauen Wölfe gehören. Es wird nun klar, dass die Informationen zu dem Mädchen namens Barbara nur Ablenkung waren und dazu führen sollten, dass die Polizei in die völlig falsche Richtung ermittelt. Emanuela ist wahrscheinlich nie in dieser Kneipe gewesen. Und als wäre die Situation nicht schon verworren und schlimm genug, kommt es noch zu einer weiteren, unerwarteten Wendung. Mehmet Ali Aksar, der, der im Austausch gegen Emanuela freigelassen werden soll, äußert sich und streitet alle Verbindungen zu den Grauen Wölfen ab. Ja, er soll anfangs Mitglied dieser Gruppe gewesen sein, hat das Attentat auf den Papst aber eigentlich in Verbindung zum russischen Geheimdienst KGB ausgeübt. Ja, es wird sehr verwirrend, aber wir schaffen das zusammen. Und nicht nur das, er sagt auch, dass er nichts mit der Entführung von Emanuela zu tun hat. Und er fordert selber, dass sie zu ihrer Familie zurückgebracht werden soll. Er will dafür gar nicht freigelassen werden. Mit diesem Deal, so sagt er, hat er überhaupt nichts zu tun. Er hat nie davon gehört. Und diese Aussagen können natürlich auch reine Lügen sein. Und trotzdem führen sie zu neuen Spekulationen im Fall Emanuela Olandi. Ist vielleicht der KGB involviert und haben die Emanuela empführt, um die Freilassung Aksjas zu erpressen? In diesem Fall würde der Amerikaner nicht für die Grauen Wölfe arbeiten, sondern für den russischen Geheimdienst. Nur wenige Tage, bevor die Frist von 20 Tagen abläuft, wendet Papst Johannes Paul sich noch einmal an die Öffentlichkeit. Dabei sagt er, dass alles versucht wird, um die Angelegenheit zu klären. Wieder scheint es, als wüsste der Vatikan mehr, als öffentlich bekannt wird. Und als würden hier Entscheidungen über Emanuelas Schicksal getroffen werden, ohne mit ihrer Familie zu sprechen. Wenig später kontaktiert der Amerikaner eine italienische Presseagentur und sagt, dass in einem Mülleimer wieder mal Hinweise zu Emanuela zu finden seien. Diesmal ist es eine Kassette. Auf der einen Seite ist der Amerikaner zu hören, wie er seine üblichen Forderungen zum Austausch der Gefangenen fordert. Doch auf der anderen Seite ist eine Aufnahme, die sich anhört wie die Schmerzensschreie einer Frau. Die Familie Olandi bekommt diese Aufnahme, aber nur in Teilen. Sie hören zunächst eine geschnittene Version, in der nur die Frau zu hören ist. Sie wimmert und sagt, dass sie Schmerzen hat und dass es aufhören soll. Im Original enthält die Aufnahme aber auch noch die Stimmen von mindestens drei verschiedenen Männern. Diese Version wird aber zunächst vom Geheimdienst unter Verschluss gehalten. Warum ist nicht klar, wie so vieles in diesem Fall. In der gesamten Aufnahme soll es so klingen, als würde eine Frau von drei Männern vergeworfen werden. Alle Mitglieder von Emanuelas Familie hören sich den Teil an, der ihnen gegeben wurde. Manchmal sind sie sich dann plötzlich ganz sicher, dass es sich bei der Frauenstimme um Emanuela handelt. Manchmal zweifeln sie aber wieder. Und auch das ist ja wieder nur psychische Folter. Später wird die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die Aufnahme eigentlich Teil eines brutalen Pornos ist und alle Beteiligten seien nur Schauspieler. So oder so kann man sich nicht vorstellen, was die Familie da gerade durchmacht. Kurz vor Ablauf der 20 Tage, denn ja, dieser Ticker läuft immer noch, meldet sich der Amerikaner erneut und fordert ein privates Telefonat mit dem Staatssekretär im Vatikan. Der Vatikan lässt sich tatsächlich darauf ein. Normalerweise kann man natürlich nicht dort einfach mal so anrufen und schon gar nichts, um mit einem hochrangigen Beamten zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wird in den Medien auf der ganzen Welt aber über Emanuelas Entführung gesprochen und so einen Anruf dann zu verweigern, das kann sich nicht mal der Vatikan erlauben. Überall auf der Welt warten die Menschen nun gespannt, was in diesem Gespräch passieren wird. Allerdings wird der Anruf den Forderungen des Amerikaners gemäß nicht aufgezeichnet und es wird auch nie öffentlich gemacht, worüber gesprochen wurde. Sprich, hier wurde mit dem potenziellen Entführer von Emanuela gesprochen und womöglich auch verhandelt und nicht mal ihre Familie weiß, was da genau besprochen wurde. Bis heute ist nicht bekannt, worüber der Staatssekretär mit dem Amerikaner gesprochen hat. Nach dem Telefonat bittet der Beamte jedoch die Polizei und den Gehallendienst, im weiteren Verlauf der Ermittlungen im Hintergrund zu bleiben. Sie sollen sich nicht weiter in Verhandlungen mit dem Entführer einmischen und dem Vatikan nun den Vortritt lassen. Man weiß nicht genau, ob das Teil der Forderungen dieses Amerikaners war, das wird alles nie bekannt. Aber ihr merkt, das Ganze klingt super undurchsichtig und total verworren. Und zu keinem Zeitpunkt weiß man so wirklich, wer hier eigentlich gut und wer böse ist. Nach diesem Telefonat wird es still um den Amerikaner und auch der Vatikan scheint sich nicht erneut zu positionieren. So kommt das Ende der Frist von diesen 20 Tagen immer näher und weder Emanuela noch Mehmet Ali Aksar werden freigelassen. Emanuelas Familie war sich vorher schon sicher, dass der Attentäter nicht aus dem Gefängnis entlassen wird. Sie haben einfach nur diese 20 Tage abgewartet und mussten mit Erschrecken zusehen, wie die Tage langsam verstreichen. Nun warten sie nur noch auf den Hinweis, dass Emanuela tot ist. Es bleibt aber still. Sie bekommen keinen Anruf, weder vom Amerikaner noch von irgendwelchen anderen Personen. Tage verstreichen ohne ein Lebenszeichen von Emanuela oder ohne eine neue Forderung. Sie wissen einfach nicht, was Sache ist. Schließlich wendet sich Emanuelas Vater erneut an die Entführer und bittet sie öffentlich um ein Lebenszeichen ihrer Tochter oder einen Hinweis darauf, wo ihre sterblichen Überreste sind, sollte sie nicht überlebt haben. Doch niemand meldet sich bei der Familie. Diese Stille ist einerseits quälend, vor allem nach der ständigen Aufregung während dieser 20-tägigen Frist. Andererseits lässt sie auch ein kleines bisschen Hoffnung zu, denn solange Emanuela nicht tot gefunden wird, hofft die Familie, dass sie irgendwo noch am Leben ist. An Weihnachten 1983, also ein halbes Jahr nach Emanuelas Verschwinden, kommt Papst Johannes Paul überraschend in die Wohnung der Orlandis, um sie zu besuchen. Obwohl die Familie ja im Vatikan lebt, ist so ein Besuch überhaupt nicht üblich und sie fühlen sich alle unglaublich geehrt. Für die Familie bedeutet die Aufmerksamkeit des Papstes sehr, sehr viel. Sie sind super religiös und sie sind sich sicher, dass er Emanuela helfen würde, wenn er nur könnte. Der Einzige, der sich über diesen Besuch ein bisschen wundert, ist Emanuelas älterer Bruder Pietro. Ihm kommt vor allem ein Satz seltsam vor, den der Papst über die Entführung sagt. So soll Emanuelas Verschwinden mit internationalem Terrorismus zu tun haben. Der Papst sagt weiter, dass er alles in seiner Macht stehende tut, um das Mädchen zurückzubringen. Pietro fragt sich bis heute, was der Papst mit diesen Worten meinte und was er wirklich über Emanuelas Verschwinden wusste. Wie in der ersten Ansprache klingt es auch nun wieder so, als wüsste der Papst mehr, als er zugibt. Denn woher kommt plötzlich diese Verbindung zum internationalen Terrorismus? Und viel wichtiger, was genau tut er für Emanuela? Wenn dieser Mann doch so viel weiß und davon geht Pietro aus, wieso nutzt er dieses Wissen nicht, um seiner Schwester zu helfen? Doch trotz dieser Fragen hat Pietro Vertrauen in den Papst und in den Vatikan. Sie sind alle mit dem Vatikan aufgewachsen und Zweifel am Papst, das ist praktisch verboten. Während demselben Besuch bietet Johannes Paul ihm sogar einen Arbeitsplatz in der Vatikanbank an. Für den damals 23-jährigen Pietro ist das eine riesige Chance und er kann seinen Ohren kaum trauen. Er hat kaum Berufserfahrung und wundert sich, warum der Papst ausgerechnet ihn auswählt, um in der Bank zu arbeiten. Und er nimmt den Gefallen sehr gerne an. Monate und Jahre gehen ins Land. Und das völlig ohne Hinweise zu Emanuelas Verschwinden. Der Fall wird ab und zu noch in den Medien besprochen. Aber wie das so ist, die Aufmerksamkeit nimmt langsam ab. Die Menschen denken nicht mehr an Emanuela. Doch ihre Familie lebt nach wie vor jeden Tag in Ungewissheit und hofft auf einen Hinweis oder darauf, dass Emanuela eines Tages einfach nach Hause kommt. Ihr Vater arbeitet weiter in der Verwaltung des Vatikans und sieht den Papst fast jeden Tag. Er fragt und sagt aus Respekt vor dem Papst nichts und auch der Papst redet nie wieder über Emanuela. Die Familie Orlandi glaubt immer mehr, dass der Papst und die Menschen im Vatikan mehr wissen, als sie zugeben. Gerade Papa Orlandi ist unfassbar enttäuscht deswegen. Kurz vor seinem Tod 2004 sagt er, dass er von denen betrogen wurde, denen er immer treu gedient hat. Über Jahrzehnte hinweg hat er für den Vatikan gearbeitet, war stets religiös und treu ergeben. Ihm wurde die Illusion genommen und er ist gebrochen davon, dass er seine Tochter nie wiedersehen konnte und nie erfahren hat, was mit ihr passiert ist. 2005 stirbt dann auch Papst Johannes Paul, ohne jemals ehrlich mit der Familie Orlandi über Emanuelas Verschwinden gesprochen zu haben. Auch in seinem Nachlass steht nichts darüber. Der Papst scheint seine Geheimnisse mit ins Grab zu nehmen. Noch im selben Jahr geht ein anonymer Hinweis bei einer italienischen Nachrichtenagentur ein. Laut diesem Hinweis befindet sich Emanuelas Leiche in der Basilique San Apollinare und zwar im Grab eines gewissen Enrico de Pedis. Damit öffnen sich ganz neue Vermutungen, denn dieser Enrico de Pedis war zu Lebzeiten einer der größten Mafiabosse in Rom. Also wir haben ja mittlerweile einen Attentäter, den russischen Geheimdienst und einen der größten Mafiabosse. Er führt eine der berüchtigsten Mafiagangs in ganz Rom an, die Banda della Magliana und ist bei vielem nur unter seinem Spitznamen Renatino bekannt. De Pedis ist vor allem dafür bekannt, dass er sehr gut Geschäfte machen konnte und immer wieder Kontakte zu Politikern und zur Kirche hatte. Er war einer der brutalsten Gangster, konnte aber eben auch sehr gut reden und verhandeln und war wahnsinnig manipulativ. Seine Kontakte reichten bis in die Polizei, in die Kirchen und in die Politik. Er hatte überall seine Finger mit dem Spier. De Pedis wurde 1990 auf offener Straße erschossen und in eben dieser Basilica San Apollinare begraben. Das ist eine sehr ungewöhnliche Grabstätte. Hier dürfen eigentlich nur Ehrenwerte, Reiche und berühmte Menschen begraben werden. Und das vor allem im Mittelalter. Vor De Pedis Tod wurde in dieser Basilica schon seit über 100 Jahren niemand mehr bestattet. Und nun liegt da dieser Mafiaboss. Laut dem anonymen Hinweis soll hier aber eben nicht nur er liegen, sondern auch Emanuela. Pedro, der seit Jahren die Ermittlungen von Seiten der Orlandis leitet, fordert sofort, dass das Grab geöffnet werden muss. Der Verlust seiner Schwester hat ihn nach wie vor nicht losgelassen und auch Jahre nach ihrem Verschwinden tut er noch alles, um das Geheimnis endlich zu lüften. Die Kirche stellt sich gegen diese Forderung. Alle Anfragen werden abgeblockt. Die Polizei stellt sich aber auf die Seite der Orlandis. Sie ermitteln nun in Richtung der Mafia. Und schon bald ergibt sich die Theorie, dass Emanuela von De Pedis entführt wurde, um Geld vom Vatikan zu erpressen oder zurückzufordern. Dafür spricht nicht nur der anonyme Hinweis, sondern auch das Phantombild, das vor all den Jahren angefertigt wurde, als ein Verkehrspolizist Emanuela kurz vor ihrem Verschwinden mit diesem ominösen Mann gesehen hat. Dieses Bild sieht Enrico De Pedis sehr ähnlich. Der Verdacht erhärtet noch mal mehr, als 2009 die italienische Schauspielerin Sabrina Mernadi eine Zeugenaussage bei der Polizei macht. Über sie gab es Anfang der 80er sehr viele Schlagzeilen, als sie ihren damaligen Freund verlassen hat, um eine Beziehung mit einem Mafia-Boss zu beginnen. Ihr könnt euch denken, welcher Mafia-Boss gemeint ist. De Pedis. Nun, 26 Jahre nach Emanuelas Verschwinden, geht sie zu der Polizei und sagt, dass sie weiß, was mit dem Mädchen passiert ist. So soll De Pedis sie an jenem 22. Juni 1983 gebeten haben, Emanuela an einen vereinbarten Ort zu bringen. Dort wartet ein Mann in geistlicher Kleidung in einem schwarzen Auto, das ein vatikanisches Kennzeichen hatte. Emanuela hat den ganzen Weg über geweint und dann wieder hysterisch gelacht und immer wieder nach ihrem Bruder Pietro gefragt. Am Treffpunkt angekommen ist sie fast bewusstlos und wird von De Pedis und diesem Geistlichen in ein Auto gelegt und weggefahren. Bei diesem Geistlichen handelt es sich um den Chef der Vatikanbank, also um Pietros Vorgesetzten. Nach und nach kommt heraus, dass die Vatikanbank jahrelang in Geschäfte und Geldwäsche mit der Mafia verwickelt war. Und diese beiden Vorwürfe werden nun miteinander verknüpft. Der Verdacht ist also, dass der Vatikan sich von der Mafia Geld geliehen hat und das nicht zurückzahlen konnte. Als Rache und Erpressung entführt der Mafia-Boss De Pedis Emanuela und fordert dann das Geld. All das spielt sich im Geheimen ab und so gelangt nichts über den Vatikan oder die Mafia an die Öffentlichkeit. Diese Erklärung scheint sehr plausibel, doch sie bedeutet auch eine Sache, die für die Familie Orlandi nur sehr schwer zu verkraften ist. Sollte das alles stimmen, hätten der Vatikan und der Papst jahrelang gelogen. Dann hätten sie sehr wahrscheinlich genau gewusst, wo Emanuela ist und warum sie entführt wurde, sagten nichts und taten aber nichts, um sie zu befreien. Das könnte auch bedeuten, dass die Anrufe des Amerikaners und die Verbindung zu Mehmet Ali Aksar vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver waren, um die Polizei, die Familie und vor allem die ganze Öffentlichkeit von der wahren Spur abzulenken, die genau in den Vatikan führt. Pietro fragt sich bei diesen neuen Erkenntnissen auch, ob er vielleicht nur deshalb die Stelle in der Vatikansbank bekommen hat, um das Vertrauen wieder zu bekommen, damit die Beamten ihn außerdem genau im Auge behalten können. Tatsächlich wird er einige Zeit nach der Veröffentlichung dieser Theorie in den Vorruhestand geschickt. Er wurde also plötzlich entlassen. 2012 wird Pietros Forderung endlich nachgekommen und das Grab von Depedis in der Basilika wird geöffnet. Dieser Sinneswandel der Kirche kommt aber vor allem daher, dass sie organisieren konnten, dass der Leichnam von Depedis nach der Exhumierung an einen anderen Friedhof kommen wird. Sie sind also den Leichnam des Mafia-Bosses losgeworden und haben deswegen wahrscheinlich auch einen eigenen Nutzen in der Aktion gesehen. Das Grab wird also geöffnet, aber es gibt leider keine Hinweise auf Emanuela und die erneute Hoffnung auf Klarheit und Antworten erlischt wieder einmal. Im selben Jahr, also auch 2012, äußert sich Mehmet Ali Aksar noch einmal zum Verschwinden von Emanuela. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und behauptet nun, alle Details zu ihrer Entführung zu kennen. So soll Emanuela noch am Leben sein und in einem streng abgeschotteten Kloster in der Türkei leben. Er bleibt außerdem bei seiner Behauptung, für den russischen Geheimdienst KGB gearbeitet zu haben. All das führt zu der Theorie, dass der KGB für Emanuelas Entführung verantwortlich sein könnte und doch Hauptakteur in all dem ist. So vermuten einige, dass die Entführung von Emanuela tatsächlich die Freilassung Aksars erpressen sollte. Vermutlich, um ihn dann zum Schweigen zu bringen. Doch bis jetzt konnte man Emanuela nicht in einem türkischen Kloster ausfindig machen. Und viele gehen davon aus, dass Aksar nur eine Geschichte erfunden hat, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen und relevant zu sein. 2012 meldet sich außerdem ein katholischer Priester und Exorzist. Denn ja, die katholische Kirche beschäftigt teilweise bis heute Exorzisten. Und der heißt Gabriel Amroth und meldet sich zu Wort. Er glaubt nämlich zu wissen, was mit Emanuela passiert ist und spricht von einem Geheimbund im Vatikan, der aus Bürgern des kleinen Staates und Mitgliedern der Kirche bestehen soll. Dieser Bund soll Emanuela entführt und bei einer Art Feier vergeworfen haben, nur um sie dann anschließend zu ermorden. Außer Amroths Aussage gibt es aber keinerlei Hinweise auf diesen Geheimbund und es ist nicht bekannt, wer genau jetzt darin Mitglied sein soll. Jahre nach all diesen Theorien meldet sich noch eine ehemalige Freundin von Emanuela. Sie erzählt, dass andere Freunde von Papst Johannes Paul missbraucht worden seien. Dieser Vorfall soll im Vatikan passiert sein und das nur wenige Tage vor Emanuelas Verschwinden. Das beweist jetzt nicht gerade, dass es einen ganzen Geheimbund gegeben hat, zeigt aber, dass Missbrauch im Vatikan scheinbar passiert ist. Kann es also sein, dass auch Emanuela missbraucht und anschließend getötet wurde? Das würde bedeuten, dass sich ihr Schicksal in das der vielen Kinder einreiht, die in der Kirche missbraucht wurden und deren Geschichte dann von Bischöfen, Kardinälen oder vielleicht sogar vom Papst selbst totgeschwiegen wurde. So hält auch Pietro Orlandi diese Theorie für möglich. Er glaubt, dass seine Schwester Opfer von Missbrauch, von einer Person im Vatikan wurde. 2013 wird Franziskus zum neuen Papst gewählt und das verstärkt Pietros Theorien noch einmal. Als der neue Papst gewählt wird, nutzt Pietro diese Situation, um diesen neuen Papst, dem Papst Franziskus, zu konfrontieren. Der antwortet daraufhin, deine Schwester ist im Himmel. Pietro wundert sich. Woher weiß der neue Papst, ob Emanuela tot ist? Das bestärkt ihn in der Theorie, dass der Vatikan nach wie vor mehr weiß, als er zugibt. Pietro wendet sich nun endgültig vom Vatikan ab und zieht auch in eine andere Gegend von Rom. Für ihn wirken die vielen schönen Erinnerungen aus seiner Kindheit nun wie ein Traum. Ein Traum, den es nie wirklich gegeben hat. 2017 kommen Dokumente aus dem Vatikan ans Licht, die der Beweis für die Verstrickung der Kirche in Emanuelas Verschwinden sein könnten. So veröffentlicht ein Journalist eine Kostenaufstellung, die zeigt, dass Emanuela noch bis 1997 in einem englischen Internat gelebt hat und der Vatikan für die Studiengebühren aufgekommen ist. Der letzte Eintrag in diesem Dokument stammt aus 1997 und lautet Transfer in den Vatikan für die Vollführung finaler Prozeduren. Der Journalist schließt daraus, dass Emanuela nach Rom zurückgebracht und dort ermordet wurde. Die Kostenaufstellung soll jahrelang in einem Safe im Vatikan gelegen haben und nun über eine Quelle an den Journalisten gekommen sein. Angeblich enthält sie noch mehr Seiten, zum Beispiel über Kosten für Arztbesuche und Medikamente. Der Vatikan streitet sofort ab, dass dieses Dokument echt ist. Es soll sich schlichtweg um eine Fälschung handeln. Tatsächlich kann nie festgestellt werden, ob das Dokument nun echt ist oder nicht. Ein Jahr später werden bei Bauarbeiten in Rom Knochen gefunden. Viele Menschen in Italien schrecken sofort auf und fragen sich, ob es Emanuela ist. Selbst die Familie Orlandi sagt dazu, dass nicht alle Knochen, die in Rom gefunden werden, mit Emanuela in Verbindung stehen müssen. Tatsächlich zeigt dann auch eine Auswertung, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes handelt. Der Gedanke an Emanuela zeigt aber, dass ihr Schicksal nicht vergessen ist und dass immer noch so viele Menschen darauf hoffen, dass sie endlich gefunden wird. 2019 erreicht die Familie Orlandi noch ein anonymer Hinweis. In diesem Hinweis steht, dass man ein Grab im Vatikan öffnen soll. Es ist ein geheimes Grab an einer geheimen Stelle im Vatikan und als man dieses Grab öffnet, genauer genommen sind es zwei, stellt man fest, dass die Gräber leer sind. Mittlerweile werden diese Gräber als Hinweis darauf gesehen, dass der Vatikan endlich eine Mitschuld anerkennt. Denn wenn Emanuela tatsächlich auf diesem Friedhof gelegen hätte, wäre es sehr deutlich gewesen, dass Menschen innerhalb des Vatikans an ihrem Tod beteiligt waren. Irgendwer ist dort einmal vergraben worden, aber mehr weiß man nicht darüber. 40 Jahre nach Emanuelas Verschwinden wurden die Ermittlungen neu aufgenommen. Und es scheint so, als würde der Vatikan selbst nun endlich neue Ermittlungen anstreben und das Gespräch mit der Familie Orlandi suchen. Was das bringt, das werden wir vielleicht nie erfahren. Emanuela wäre heute 55 Jahre alt und ihre Familie hofft bis jetzt endlich herauszufinden, was an diesem 22. Juni 1983 mit ihr passiert ist. Mit jedem weiteren Jahr, das vergeht, werden Ermittlungen schwieriger und dieser Fall zeigt wie kein zweiter, dass es immer noch Institutionen wie den Vatikan gibt, die über dem Gesetz zu stehen scheinen. Man kann nur hoffen, dass diese neuen Ermittlungen endlich etwas ergeben und die Familie ihre Antworten bekommt. Denn bisher führte alles immer nur zu weiteren Fragen. Wer ist der Amerikaner? Was hat der russische Geheimdienst mit all dem zu tun? Wer sind die grauen Wölfe und wo steht deren Verbindung zu dem Fall? Was weiß der Vatikan? Was weiß der Papst? Und vor allem, warum schweigen alle? Hoffentlich gibt es eines Tages Antworten auf diese Fragen und ich hoffe so sehr, dass die Familie Orlandi die Suche nach Emanuela dann beenden kann. Was denkt ihr zu all dem? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Bei jedem neuen Schritt in der Recherche dachte ich, boah jetzt, jetzt haben wir es, jetzt kommen wir endlich der Lösung näher. Als der Mafia-Boss plötzlich aufgetaucht ist, das alles mit dem Grab in der Basilika, dachte ich, boah das könnte ein Anhaltspunkt sein, dass der Vatikan Schulden bei der Mafia hatte. Als der Amerikaner angerufen hat, dachte ich, boah das könnte es jetzt werden und immer wieder gab es nur neue Fragen und neue Hinweise und neue Verwirrung. Also was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, fühlt euch gedrückt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis bald.